Hallo meine lieben Fußballfreunde und willkommen zurück zu Let's Play. FIFA 3 zum letzten Part haben wir 2-1 gegen Bremen gewonnen. Und das geht's zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Vielleicht können wir endlich mal den Bayern wieder auf die Pelle rücken, wenn sie verlieren oder vielleicht auch nur Unentschieden spielen. Wir haben ja vier Punkte auf Dortmund, wie wir mal eine kleine Tabelle nehmen an sie. Zwei Punkte fehlen uns auf die Bayern, sind nur auf den zweiten Platz. Aber mit Vizemeisterschaft gehe ich mich nicht zufrieden, ich möchte die Meisterschaft. Ah, Mensch, das ist die Verhandlung mit Schweinsteiger, okay. Dann die Aufstellung. Ich würde mal sagen, wir machen mal etwas anderes. Und zwar die Trikots, die spielen nicht in rot-schwarz, sondern in weiß, würde ich sagen. Es war so zu erkennend für mich. Wir haben heute wieder ein 4-3-3-System. Und zwar würde ich heute mal vorschlagen, dass wir Dante in die Spitze nehmen. Und, ah, Gennendorf ist ein fitter neben, nachdem gleich mal die Innenverteidigung neben Apollo Justice. Die andere Dante ist noch nicht fit. Genau, das heißt, unsere Aufstellung ist wie folgt. In der Bundesliga, in der Hyrule Arena am 23. Februar 2013. Anstoß ist 1530. Schiedsrichter ist Roald Wigborg. Das klingt wie ein Schotter oder irgendwie jemand von, aus Großbritannien, also von der Insel. Bei Hyrule haben wir Donkey Kong davor, Schwarzfuß, Sanji, Ganondorf, Ampo de Justice, Mega Man, Luigi, Solid Snake, Super Mario, Titus, Dante und Link. Also Dante, der aus Devil May Cry. Bei Eintracht Frankfurt haben wir im Tor, Kevin Trapp, davor Sebastian Jung, Carlos Zambrano, Demidov und Schipka. Bastian und Schipka, glaube ich. Pirmin Schwegler, Sebastian Rode, Stefan Aigner, Benjamin Köhler, Takashi Inui und Therö. Therö. Das habe ich, glaube ich, schon im letzten Spiel. Ich frage, was ich mich ausspricht. Der Herr Therö, der Elefant. Therö. Genau, hoffen wir mal, dass sie in 4-3-3 relativ erfolgreich sind. Momentan eigentlich relativ gut aufsteigend geworden. Letztes Spiel habe ich ja wieder das 4-2-3-1 genutzt. Oh, das Lupferspielchen. Nicht das Lupferspielchen. Nicht das Lupferspielchen. Äh, rüber. Rüber. Ne. Das Spielchen, das ich überhaupt nicht kann. Aber Start wieder Spiel. Ja, Bundesliga. Oh, und ich sehe, es ist schönes Wetter. Schöner Tag in Hyrule. Zum Heimspiel des FC Hyrule. Kommentartonsen sind natürlich nicht Frank Bursch von Manny Bröckmann, sondern das bin jetzt heute nur ich. Und die die Akteure hier aufstellen. Finde ich super mit diesem geilen Zeichen am Eingang, wo die Spiele einlaufen. Finde ich super. Fiedsrichter ist Roald Wigbrock aus Norwegen. Okay, da habe ich mich mal total verschätzt. Ist auch eine Halbinsel. Das kann mir nah werden. Nehme jetzt mal das an. Zweitenwahl scheint er an Hyrule gegangen zu sein. Der wird in Kapentäne. Link und... Ah, schlag mich tot. Schwegler. Da nochmal die Tabelle. Bayer mit zwei Punkten vor Hyrule. Frankfurt scheint nicht so gut dazustehen. In jedem Fall nicht in der oberen Tabellenhilfe. Aber vielleicht hat er dann unten relativ gut dabei. Guck mal, sie haben die Edger für zwölf Ligatoren schon. Linke aber besser mit 18. Hat ein Drittel... Ne, hat 50% mehr davon. Hier nochmal die Aufstellung. Hier sind wir Frankfurt. Die springen da mit dem 4-2-3-1. Andersson, Ocean, Höfer. Das sind auch gar nicht so viele Leute auf der Bank. Genau, Sturmspitz ist Theriot alleine. Dahinter bei Inouye. Der ist auch nicht schlecht. Da der Keeper Kevin Drabb bei Frankfurt. Die Torfabrik der Bundesliga. Und Anstoß für Frankfurt in diesem Fall. Weiter Rückpass, Demidorf. Spielaufbau bei Frankfurt. Stefan Aigner, der gekommen ist von 60 München. Aber jetzt Ballverlust bei Frankfurt. Snake raus, rechte Seite. Der Titus geht an Steil. Der Kopfball, flankt auf Link. Der Kopfball viel zu... Ja, parallel zur... Grundlinie. Und nochmal der Kopfball. Pfosten in Pfosten von... Ich glaube Link oder Dante war das. Ich konnte nicht genau erkennen, aber das müsste Dante gewesen sein. Link dreht nochmal ab. Der Pass auf Dante kommt nicht an. Aber furiose Anfangsphase. Gleich zwei gute Chancen hier für Hyrule. Einmal dieser Kopfball von Link, der nicht wirklich Richtung Tor kommt, weil auch der Winkel einfach zu spitz war. Zum anderen dann dieser Kopfball von Dante, der einen in den Innenpfosten geht. Ich hoffe, ich denke mal, dass es Dante war. Und jetzt wieder Ball bis jetzt bei Hyrule. Frankfurter Angriff gut abgefangen. Link verliert den Ball. Wird aber jetzt wieder geschickt auf der linken Seite. Schön gespielt. Ja, aber der Ball tritt hit. Das kommt nicht. Kommt nicht an, wird abgefangen. Demidorf, Rode. Bastian Rode. Gibt ja Gerüchte, dass der zu den Bayern wechseln soll. Oder war schon er? Oder war das jung? Weiß ich nicht. Köhler. Oh, Köhler hat sich verletzt. Bittere Sache. Das heißt, Frankfurt muss schon wechseln. Jetzt kommt Alex Meyer. Auch kein schlechter Spieler. Bei den Frankfurtern, glaube ich, relativ gute Rolle gespielt. Vergangenen Saison. Also, 2-13 ist ja schon vergangenen Saison. Aigner, die Frankfurt im Spielaufbau bemüht. Das klingt jetzt Telefon. Argument. Ja, das klingt jetzt. So, geht sehr gut. So, wieder da. Tut mir leid. Und los geht's. Weiter geht's. Rode, Ballverlust. Luigi am Ball. Raus auf die rechte Seite Tiddes. Ebenstarker Spieler. Und der Ball auf link. Klasse Flugkopfball. Aber klasse Parada von Kevin Trapp. Gibt Ecke. Die bringt Sanji rein. Und der Kopfball von wieder genesen in Gennendorf. Aber der kommt nicht richtig zum Kopfball. Gute Kopfballabwehr von Frankfurt. Snake nicht entschlossen genug gegen Theroux. Sie fängt ihn zu spät an, aber holt sie den Ball. Ball auf Tiddes. Versucht durchzustecken für Dante. Aber der kriegt den Ball nicht. Maya. Rode. Da ist Sanji. Link. Aber immer wenn ich versuche durchzustecken zu Dante, dann kommt der Ball nicht an. Der Schleifers hätte eher weiter links gehen sollen auf Megaman oder Luigi. Die kam man überhaupt nicht an. Maya unter Bedrängnis. Tiddes jetzt weiter nach hinten gerückt. Und Foulspiel. Gennendorf beschwert sich da. Aber währenddessen macht Frankfurt den Freistoß schnell. Sanji hinten verfolgt den Gegenspieler. Gennendorf. Gute Defensivaktion Mario. Das Ding steil auf Link. Der verliert den Ball. Geht dann unbedingt dran am Gegenspieler vorbeigehen. Bleibt allerdings hängen. Sanji. Sanji. Gennendorf obernt hier den Ball. Jetzt mal der gute Ball auf Link. Haben wir sofort verfolgt von Carlos Zambrano. Ich glaube ich von St. Pauli gekommen. Und jetzt ein guter Ball auf Tiddes. Und der macht das 1-0. Tiddes mit dem 1-0 in 26. Minute. Schön angenommen, mitgenommen und dann am Keeper vorbeigelegt. 1-0 für Hyrule. Damit wieder dran an den Bayern. Auf jeden Fall nicht weiter weg. Ich weiß momentan nicht wie die Bayern spielen. Ich weiß gar nicht ob die parallel spielen. Das irgendwie zeigt sich nicht mehr so an im FIFA 13. Finde ich relativ schade. Gut finde ich, dass man jetzt ausschalten kann. Was man sehen kann. Aber ich finde schade, dass es zum Teil gar nicht mehr angezeigt wird. Also ich weiß nicht ob es EA verkackt hat. Oder ob es da irgendwie... Hat ob ich da doch wieder alles ausgeschalten. Bei mir schadet sich irgendwie immer alles auf. Aber ich habe keine Ahnung warum. Oh, guter Ball auf Link. Und auf Tiddes. Und vorbei. Zu knapp vorbei dieser Ball. Da rutscht er rein und erwischt den Ball nur mit dem Außenriss. Und kommt nicht wirklich hin. Schade. Schöne Chance hier für Hyrule zum 2 zu 0. Dante, der noch relativ blass geblieben ist bis jetzt. Aber nicht so schlimm, nachdem ich 1 zu 0 führe. Aber das soll sich natürlich nicht ändern. Ja, wohl immer wenn ich es sage, dann fällt das 1 zu 1. Male ich jetzt mal den Teufel nicht an die Wands. Sondern spiele weiter offensiv nach vorne. Snake. Jetzt mal. Schöner Ball in die Schnittstelle der Abwehr. Dante. Raus auf die rechte Seite. Tiddes. Flankt das Ding rein. Link. Kopfballabwehr. Inui. Ja, verliert den Ball. Aber Frankfurt kann den Ball bis jetzt behaupten. Pirmin Schwegler über Rode. Ja, Ball kommt zu weit. Ganondorf fängt ab. Dante. Dante. Wie aufgenannt wird in Devil McQui. Dante. Mega Man. Sieht zentral Snake. Jetzt erstmal lang. Ein ruhiger Spieler auf Baba Hyrule. Spielzeug kann das mal ruhigen. Sanji. Tiddes. Der Pass war nicht dahin, wo ich ihn haben wollte. Ich drücke nach vorne und er passt irgendwo nach hinten. Oder ich habe meinen Stick nach vorne. Also meinen Control-Stick. Wie mit dem Schwegler. Luigi hilft damit. Ganondorf dabei. Sanji hat ihn. Luigi. Link. Ja, passt wieder. Bleibt wieder hängen. Aber Ganondorf gut mitgearbeitet. Gemacht. Ein guter Ball auf Tiddes. Zieht ab. Abbraller landet dann bei... Luigi. Das. 2 zu 43. Minute. Das war schön gespielt. Tiddes fängt ab. Dann kommt ich nehme an mal Dante, oder? Kommt da dran. Gucken wir uns das nochmal an. Tiddes. Dann kommt genau Dante hier dran. Oder? Das werde ich jetzt mal sehen. Ja, fällt um und kommt beim Rücken dran. Und dann fällt der Ball direkt Luigi vor den Fuß. Und der schiebt ein. Keine Chance für Trab. 2 zu 43. Minute für Hyrule. Diesen Heimspiel. Snake. Bye bye Mario. Raus auf die linke Seite. Zu link. Ja. Erstmal Halbzeit. Hier in Hyrule. 2 zu 0 steht es für Hyrule. Durch die Tore von Tiddes. In der 16. Minute. In der 43. Dann der relativ blass geblieben. Wobei seine Aktionen hier, die hier und dann noch vor dem 2 zu 0 waren gut. Dieser Flughafball von Link, der war schon irgendwie cool. Dann der schöne Ball hier auf Tiddes. Der nimmt den Schirm mit. Legt ihn sich auf den rechten Fuß und schnallt den dann einfach rein. Oder schlänzt ihn rein. Geht doch mal das schöne Ding. Die schöne Chance von Tiddes. Wenn der den Ball besser an den Fuß bekommt, steht es hier schon 2 zu 0. Dann hier Luigi. Schön reagiert. Schnell eingeschoben. Würde ich sagen, guck mal erstmal auf die anderen Plätze. Und zwar Mainz-Wolfsburg 0 zu 1. Gladbach-Dortmund 0 zu 1. Augsburg-Hopfen am 1 zu 1. Und Bayern-Bremen steht es noch 0 zu 0. Vielleicht, wenn es da so bleibt, hätte ich nichts dagegen, weil dann wäre ich wieder am Bayern dran. Sanji. Schon wieder die zweite Halbzeit ist schon am Laufen. Sanji. Snake wird da ein bisschen geblockt vom Schiri. Nicht so schlimm. Da bleibt es ein bitterer Fehlpass. Aber Hyrule kann den Ball bis jetzt zurückerobern. Der Snake. Ja. Verliert den Ball wieder. Aber auch wirklich nicht viel mitgelaufen. Wenig Optionen da gehabt. Und dann... Tyreux kein Absalz. Äh, Absalz. Ist durch. Und dann Apollodjustis mit einer Weltklasse-Aktion hier. Richtig gut rettet hier. Hyrule vor dem Anschluss von Frankfurt. Die Null steht noch. Und Cipka. Wird von Tedes verfolgt. Naja. Jetzt gutes Passspiel. Aber Hyrule kommt... Äh, Frankfurt kommt noch nicht aus der eigenen Hälfte raus. Jetzt mal. Bayern-Werder steht es auf einmal 1 zu 1. Also das ist mal in kurzer Zeit zwei Tore gefallen. Link mit 18 Toren, glaube ich, ist Ligaspitze. Bis zum 18... Ja, stimmt. Letztes Mal war es 18 und er hat keins geschossen. Er ist 18. Erster Torschützer der Liga. Ja, gut, wenn der Torschützenkönig wird. Olivier Hirschen kommt für... Für Rö. Der ist ja gekommen von Kreuter. Für die letzte Saison gut gespielt in der 2. Liga. Keine Ahnung, warum sie die verkauft haben. Spielt auf jeden Fall jetzt bei Eintracht Frankfurt. Stimmt, was ich noch zu sagen gebe? Zum Abschluss der Bundesliga habe ich im letzten Paar schon ein bisschen drüber gequatscht. Über das Triple der Bayern. Auf den Abstiegsrängen hat sich, glaube ich, mal Verrücktes getan. Hoffenheim darf hinten durften in die Relegation. Hat es auch über die Relegation gegen den geschafft. Ich glaube, ich habe das aber schon mal erzählt, oder? Ne. Sparen Nein habe ich nicht. Nehme ich zumindest an. Ja, ich habe noch nichts erzählt darüber. Stimmt. Und die Chance... Oh. Cleven Drab. Pariert diesen Kopf auf den Link. Hoffenheim darf in die Relegation. Und Düsseldorf ist direkt abgestiegen nach dem Dort... Ne, ich habe darüber schon geredet. Das weiß ich, weil Dortmund eine sehr größere Leistung gezeigt hat. Gegen sie. Stimmt, ja. Das habe ich schon mal erzählt. Habe ich vergessen. Stimmt, ja. Das war vom Champions League Finale. Habe ich das erzählt, ne? Naja, egal. Dortmund auf jeden Fall mit einem nächstes größeren Spiel gegen Hoffenheim. Die durften ja dadurch in der Liga... In die Relegation haben es auch in der Relegation gepackt. Lautern. Kaiserslautern. Augsburg ja direkt drin geblieben. Und Düsseldorf musste da direkt absteigen. Nach einem Jahr in der ersten Liga. Fand ich schade. Die haben eine Hinrunde sehr gut gespielt. Haben eine Rückrunde leider bloß 9 Punkte geholt. Und damit halt war das einfach zu wenig. Anders wie Augsburg. Die haben eine Hinrunde 9 Punkte geholt. Haben sie eine Rückrunde, haben sie es mal derbe rausgelassen mit 24 Punkten. Also war eine gute Rückrunde von Augsburg. Eine sehr gute Rückrunde sogar. Bei Augsburg irgendwie war auch letztes... Ne, vorletzte Saison muss man so sagen. Also 11-12. Wo sie auch... Deine desaströsen Hinrunde begonnen haben. Da auch fassen... Oder relativ weit unten standen. Luigi ist erstmal... Kevin Trapp. Relativ weit unten standen. Und dann doch mit der Rückrunde wieder alles rausgerissen. Aber ich glaube, wenn Augsburg nur die Rückrunde spielt, dann reicht das auch. Jetzt ist das nun wieder zu dem aktuellen Spiel hier in der virtuellen Bundesliga. Und schöner Ball auf Link. Der den gut ablegt für Dante. Das ist das 3-0. Ne, Hiddes war es. Hiddes zum 3-0. 69. Und der war schön gespielt. Der war da auch mit Hilfe eines Frankfurter Verteidigers. Ich weiß nicht, wer das war. Und wenn man mal sieht, der verschätzt sich da mal ordentlich. Das müsste es am Brano gewesen sein. Dann grätscht hier und dann kann er den Titel schon einschieben. 3-0. Könnte schlimmer sein. Oh, oh, schlägt die gelbe Karte für einen Foul an. Das war Apollo Justice. Jo, aber den Ball hier fair wird dann leicht bedrängt. Ich weiß nicht, die gelbe Karte war vielleicht übertrieben. Freistoß wäre gerecht gewesen. Aber ich finde, die gelbe Karte war hier eindeutig übertrieben. War ein bisschen gerangen. Aber ich glaube, wenn er da die gelbe Karte gibt, dann muss er alles abpfeifen. Und ich meine, das kann doch nicht die Anzahl der Faust gewesen sein. Ocean ist erst reingekommen. War, glaube ich, seine erste Aktion. Ich sehe nicht, warum der Geri ist. Meinen Sie ein bisschen so überhart reagieren. Oh, wenn diese flache Flanke recht gut war. Aber er kann es halt auch nicht mehr auf dem FF. Vielleicht auf der Flanke, FF. Nicht, oder? Lade. Snake. Frankfurt ist mal ein lange und der Ball nur offensiver Eigner, aber verliert den Ball gegen Mario. Hoher Ball Richtung Dante. Relativ blass bleibt im Spiel. Finde ich schade. Jetzt mal Tedes auf der rechten Seite, der dafür ziemlich stark spielt. Tedes, Tedes. Vielleicht ist das mal aus der Distanz. Ne, wird da geploppt. Der gut bedrängt von Frankfurter Spielern. Kein Foul. Wird so bedrängt, dass er eigentlich nicht zum Schuss kommt oder den Schuss auch nicht hätte gut passieren können. Vielleicht sogar mit links schießen können, dann wäre es vielleicht gegangen. Tedes wieder. Spielt super stark. Der ist sehr stark. Der ist sehr auffällig. Schöner Ball auf Sanji. Jetzt die Flanke kommt zu Mario, aber der Ball nicht kontrollieren darf. Ich werde auf jeden Fall mal wechseln. Und zwar bringe ich Edgewolf rein für Dante, der ist schon ziemlich erschöpft. Ich empfehle auch ziemlich die Spielpraxis zu verdenken. Dann nehmen wir mal Walker rein für Snake. Jetzt haben wir die offensivere Variante, aber das ist auch nicht egal. Ich habe nicht so viel Sechse. Bei so in drei Spielen, das ist zwar auch nicht so gut, aber mein Gott. Verletzt sicher keiner, hoffentlich. In zwei Spielen kam hier nicht an die Wand mal, ne? Luigi. Snake. Schöner Ball auf Dante. Tedes, auf einmal kann Dante richtig Fußball spielen. Wo ausgewechselt werden soll. Gab es das schon mal bei der EM 2012. Gomez sollte ausgewechselt werden und macht dann sein Tor gegen Portugal. Durfte dann noch ein bisschen länger spielen, wurde dann letztendlich doch ausgewechselt. Oh, Schuss ist in der Distanz von Frankfurt am Tor vorbei. Von, weiß ich nicht. Jetzt erstmal der Doppelwechsel. Walker für Snake und Edgewolf für Dante. Weiter Abstoß von Donkey Kong. Bleibt nicht bei, Ruderball. Mario ist angeschlagen, das ist nicht gut. Vielleicht rausnehmen sollen. Wobei, wenn es wirklich schlimm ist, dann habe ich ja noch, dann muss ich ja wieder das System wechseln. Donkey Kong hat den Ball. Wirft weit ab. Larnik. Ne, mit vorderen Dingen. Aber das Spiel ist aus. Hero gewinnt 3-0 in Frankfurt. Ne, gegen Frankfurt. Von einem halben Spiel. Durch Tore von Tedes in der 26. Luigi in der 43. Und nochmal Tedes in der 69. Ich glaube, nochmal der Kopfball von Dante. einen Umpfosten. Hier link mit seinem Flugkopfball. Den Trab gut pariert. Geht nochmal. Das Klasse-Tor von Tedes zum 1-0. Hätte Tedes schon das 2-0 machen können. Kommt ganz blöd an den Ball. Kann passieren. Dante hier mit dem Rücken auf Luigi. Weiß nicht, wer den Assister bekommen hat. Aber an sich an den Chancen, da war ich gleich die bessere Mannschaft. Ich weiß nicht, ob Frankfurt wirklich eine gute Torchance hatte. Bremen letztes Spiel stärker als was anderes. Hier diese Abwehrfeder. Und Tedes kann einschieben. Oder rein den Ball reinballen. Naja, stimmt. Die Chance hatten sie. Aber keine wirklich hochkarätige. Und das ist dieser Innenpfostenkopfball. Dante ist eigentlich den Assist gekriegt. Ja, der hat sogar den 1-Assist bekommen. Link nen Assist. Dante nen Assist. Und wer hat noch nen Assist? Keiner. Hä? Ach, da war Dante auch das von Tedes, ne? Dann hat das von Luigi keiner bekommen. Tedes mit 2 Toren. Das 3. war Luigi. Alles über die rechte Seite. Tedes, bester Spieler mit 9,7. Finde ich, hat er sich auch verdient. Luigi mit 9,0. Noch das zweitbeste. Äh... Irgendwann, danke. Gellendorf 8,6. Genauso wie Apollo Schatz. Meine Verteidigung, alle mit einem 8er. In 1908. So, Spielinfo. Machen wir euch bitte. Achso, nee, das war Wackel. Äh... Statistik spricht klar für mich. 3,9 Schüsse aufs Tor. 6,9 Schüsse. 6 Kling aufs Tor. 3 waren drin. Frankfurt 2 Schüsse, einer aufs Tor. An denen hat Donkey Kong auch pariert. Zweikämpfe habe ich klar mehr gewonnen. Und zwar um 31 Stück mehr. Ball ist jetzt zwar Frankfurt wieder knapp besser, aber auf den Ball ist jetzt gebe ich immer nicht viel. Verletzungen 2. Link und Mario. Link war auch leicht angeschlagen. Nochmal die Tore am einzelnen Titels hier. Ach, der kam von Dante, okay. Nochmal schön mitgenommen und dann reingechippt. Das Ding von Luigi. Und das finde ich eigentlich wieder ein Ding fürs Kuriositätenkabinett. Dante mit dem bringt der Ball in den Rücken. Luigi schön an Trab vorbei. Das 3-0, was ich nochmal ziemlich schön rausgespielt fand. Wobei, jetzt kann ich mal sehen, was ich da so verschätzt habe. Weil das ist hier eine Grätsche und die kommt... Ja, kommt... Ist das von Rano gewesen? Nee, Demidorf. Kommt da viel zu... Äh, kommt... Keine Ahnung, Timing war einfach falsch. Wenn er durchläuft, kriegt er mit dem Ball vielleicht auch so... Ja, wenn er durchläuft, kriegt er den Ball so. So grätscht er. Wird da getunnelt. Weil, kommst du, Tillis, um das Ding reinzumachen, war jetzt nicht so schwer. Wobei, hätten wir vielleicht nochmal querlegen können zu Dante. Naja, jetzt komm, hör mal auf. Bei dem Pfostengang wäre Dante auf jeden Fall da gewesen. Dann sind wir auch mit diesem Spiel fertig. Wie die anderen Ergebnisse. Und, oh, Mainz verliert zu Hause, wird 1-0 gegen Wolfsburg. Dortmund gewinnt in Gladbach mit 1-0. Augsburg zu Hause mit 2-1 gegen Hoffenheim. Und Bayern und Bremen trennen sich unentschieden. 1-1. Das heißt, ich bin wieder dran am Bayern. Das heißt, wieder Punkte gleich dann. Wie sieht es im 2-Verhältnis aus? Bin ich da besser? Das sind natürlich die Bayern besser. Da bin ich besser. Das heißt, mit 56 Punkten bin ich wieder der Top... Äh, der Spitzenreiter. Wenn ich wieder Tabellenführer der Bundesliga, die 11. Woche. Mir ist Sven Ulreich von Stuttgart. Panda von Hannover. Phoenix Rea vom FC Bayern, der gewechselt ist. Francesco Rodriguez von Stuttgart. Philipp Lahm von Bayern. Ist da irgendwer von mir dabei? Ja, Luigi von Hyrule und Link. Ansonsten haben wir noch Robben von Bayern. Didabi von Stuttgart. Konstantin Rausch von Hannover. Genau so wie Jan Schlautraber. Hannover muss einen guten Spieltag gemacht haben. sind es auf dem 9. Platz. Frankfurt ist auf Platz... Keine Ahnung. Titelstil 8 Tore. Freut mich. Freut mich. Äh, ja. Wo steht der Kerl? Äh, wo steht Frankfurt? Augsburg auf jeden Fall sichert wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf. Ich möchte es mal sehen. Und zwar... Ah. So Statistik. Platz 14. Wir sehen uns in die Gefährdung im Abstiegskampf. Augsburg auf jeden Fall jetzt vorm Relegationsplatz Platz 15. Frankfurt, ja, könnte gefährdet werden. Genau wie Bremen. Und Nürnberg könnte noch guten Abstiegsrudel rützen. Davor Gladbach mit 11 Punkten. Oder mit 13 Punkten auf dem Relegationsplatz. Das sind noch 11 Spieltage. Ich zweifle, dass da noch was passiert für Gladbach. Mal gucken, wie man eigentlich wieder mal Pokal ansteht. Dürfte als Halbfinale sein. Und zwar geht das gegen Stuttgart dann. Genau. Wie sieht es denn sonst so aus? Letzter Spieltag ist wieder gegen Schalke. Genau. Ansonsten geht es als nächstes gegen... Oh, geht es als nächstes nach Dürnberg. Zum Club, zu die Franke. Und dann sage ich, ciao, bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder ein. Bis denn! Bis denn. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Vielen Dank.